Was geht? Willkommen bei Ozan Six Siege. Und heute machen wir Scammer wurde gescannt. Ich habe gerade noch Reeps, also gestummt. Also ich werde ihn jetzt gleich entstummen. Wie geht's? Wir wollten jetzt traden. Ähm, ich habe eine Frage. Hast du schon jemals ein... Hast du schon jemals gescammt? Ja, ein Mann hatte ich einen 8-Jährigen gescammt, der hat auch geweint. Echt? Aber... Ja. Okay, das ist... Ja, okay. Ähm, was hast du so für Sachen? Okay, ich drob mein ganzes Inventar. Also nicht komplettes, aber das meiste. Dieser Aero-Glu, der macht keinen Live-Stream. So, hier. Trotzdem macht der keinen Live-Stream. Ich kann's doch nehmen. Junge, ich mache ja gerade Videoaufnahmen, keinen Live-Stream. Okay, nimm wieder alles auf. Und ich will nur die Epischen und so sehen. Also nur episch und blau. Weil die legendären, die du hast, sind wahrscheinlich eh fast alle kaputt. Stopp mal so ein paar Sachen. Ja, okay. Was wird zugegeben, wird's nicht hier gegen diese legendäre, äh, Hydra? Echt? Okay. Zeig mal bitte. Ja, ich hier, eine Hydra. So geil, oder? Ich brauche eine Smeipel, dann bis sie sie nicht. Stopp sie mal. Okay. Okay, ähm. Ja, wir, ja. Ja, okay. Dann, äh, dann droppe ich mal hier die Hydra. Ja. Okay. Okay, dann, ich mach jetzt der Tür, okay? Ja. Scammer wurde gescannt. Ey! Scammer wurde gescannt. Scammer wurde gescannt. Junge, wieso, wieso machst du so eine Scheiße? Wieso, wieso scamst du achtjährige Kinder? Junge, verdient. Nein, bitte. Nein. Nein, Mann. Komm schon, bitte. Ja, komm wieder rein. Vielleicht gebe ich dir alle Sachen, oder? Boah. Jungs, alles, ich werde alles hier verlosen. Ich? Ich verlos jetzt hier alles für euch. Ich verlos jetzt alles. So. Das war's mit dem Video und wir sehen uns und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Oza 6 Siege Scammer wurde gescannt.